ja ja ich bin ja noch einmal in den Backlern sind jetzt beim Spiel 3 bis 5 Sekunden vergangen ich komme mal wieder hier raus ja auch hier raus zu kommen ich habe mich nicht mehr aus dem Backl Scheiße zu viele Schafschützen Tom Tiny ja wie schon im letzten Video gesagt an Tobis Zuschauer jetzt vor allem ich kenne den Backlern noch gar nicht wenn ihr den Backlern sehen wollt lookt auf unserer Homepage oder schreibt es in die lookt auf unser Forum oder schreibt es in die Kommentare dann machen wir ein jawohl ja 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 bist du da drin ich war im Backlern ich kann ihn euch zeigen wo ist der ja zeig mal bitte dann kann ich auch an meine Zuschauer machen ja ich auch nicht ernst oder ja ich auch ja normalerweise kann ich ich kann bei allen guck daneben nach den ersten drei Minuten nein gut nicht bei allen aber bei den meisten nach drei Minuten schon längst Wookie nehmen oder was weiß ich was kommt drauf an ähm Tobi zeigst du mir mal kurz den uh schlecht zeigst du mir mal kurz den Backlern ja ich muss mich dann aber auch beschützen hier guck mal da wo die Granaten ja ja lauf einfach weiter ich bin direkt hinter dir Tobi ich muss dem Torben den Backlern Och Mann wer war das denn jetzt ich sorry aber du hattest mich aufgestossen und dann musst ich dich aus Not killen ich kann ihn dir zeigen wo bist denn du Torben ich bin gerade so im Scharfschützen so okay ich komm hoch wo bist du Scheiße Nein dieser Fixer riecht auf das ist der Fixer ist so ein Wichser ein Kumpel von mir sagt immer zu Wichser Fixer lol da springt einer frei fixer jung äh also ich bin in Richtung Back gegangen ja wenn ich die Richtung wüsste wäre das scheißen Dreck Tobi wo ist wo ist wo ist wo ist der Fuckpack boah ich zoome im Nahkampf ey Tobi wo ist der Bug ja da wo du langlaufen wolltest in diesem Zwischengang und was macht man da da ist man in der Wand komm einfach mit Scheiße Scheiße Sturmtrupp äh schossen erledigt jawoll da hast du es Fixer wow man ich bin tot aber jetzt sofort wieder da in neun Sekunden das du hier komm lass mich oh du bist so ein Idiot manchmal Torben hallo ich hab keinen Namen ich hab keinen Namen gesehen ich hab einfach nur drauf geschossen ich schwör ja ich weiß aber so Tobi bist du das da unten im Gang wenn Niner kill ich jetzt ein ja das bin ich okay ich war direkt hinter dir komm aber wieder saug du mal dafür dass au Miststück juhu alter meine Zuschauer werden schon nach zwei Minuten hier bestimmt abgebrochen haben außer natürlich die ganz ah ich weiß wie man in den Ball kommt ja da wo die ganzen Autos ja ja ich weiß hab ich gesehen da ist einer reingesprungen verfolg einfach irgend so ein Spasti äh XD ja komm mit in dem Gang kacke ja man muss da runterspringen da wo der Arab Style drin ist oder wie der heißt ich komm da auch ja ich wo runterspringen komm zu dem Gang ich bin da ich auch die Sturmtruppe bin ich die hier rauskommt ich seh ich seh ich seh ich seh hier nur dunkle Truppen das bin ich das bin ich ich bin Wookie ist wer ist das da unten das kacke boah komm mit Flo wo bist du bam komm hier wow da ist ja noch eine bam doppelkill scheiße man da ist einer im Bug Arab Style da können wir nicht rein das sind Scharfschütze ihr seht wieder wie gut ich bin liebe Zuschauer ihr seht wieder wie gut ich bin nächster Kill ernst ich bin der beste von uns drei äh nein allgemein nein okay Tobi äh scheiße jetzt kommt der nächste Wookie also ich bin immer der schlechteste ja das stimmt ey Tobi ich bin der Wookie ja der Tobi der Tobi hat auch mich gekillt na und du musst dich verteidigen scheiße nein ich meinte nur weil er uns ja eigentlich den Bug zeigen wollte ich kenne den Bug ich kenne den Bug ja du brauchst nur Scharfschütze dafür hm das ist mir egal ich bin Wookie ja ich auch nein das ist egal ihr braucht nur Scharfschütze um Autogeschütze platzieren scheiße Dreck Feigling Flo kacke ich werde hier gemobbt nein ich möchte da jetzt drauf wo ist der kleine Feigling ach ich komme da nicht drauf egal dann mache ich halt von hier nein der ist direkt vor mir gespawnt scheiße 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 ähm ja wow nein fuck die ist gut ich hab ich hab den Schuss nur noch noch ein Leben ein Leben nein hm aber jetzt bin ich besser geworden ja und ja weil du mich äh lol okay aber schlechter als vorhin ging's auch nicht seine familie ist an dem ort wo wir einen bug gezeigt haben seine familie der ist auf diesem balken wo wir den bug gezeigt haben ähm utapau bugs übrigens nachzusehen in part äh 15 ja ja 15 da war ich ja das zweite mal dabei ja das erste mal auf geo äh wo kann denn jetzt her hat der jetzt einen Bagger oder scheiße man wie macht der das immer ey wenn der so fixer also fixer nein 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 so ein anderer der weicht immer meinen äh schissen aus und dann da muss ja nur einen schuss abfeuern dann bin ich tot also dann ja auch hobbys da springt immer in den abgrund wo was zum teufel oh ein zug zwei züge miau hobi wer hat dich gekillt train ihr seht wieder ich hab die schöne flagge oh mein gott wo bist du da das siehst du du siehst wo die flagge sich lang bewegt ich hab erst 10 kills äh ich hab mehr ob tobi hat wo ist bagt tobi bum bagt tobi du hast 14 und bagt tobi 7 ich muss mich jetzt durchkämpfen bam von hinten fuck nein ach du scheiß schwarzer Tod ey was ein nigger hat sich auch schon schwarz genannt ey alter scheiße ich wurde gekillt von der feind ja immerhin nicht gekickt nee der feind der war letztens bei einem ähm bei einer aufnahme die jetzt gelöscht wurde bei torben und mir dabei ja das freut mich für den feind alter ist irgendwer von euch sniper ja ich hast du da zufällig eine normale Truppe beschossen ja aber ich bin kein sniper gewesen ich bin wookie mit sniper gewesen boom big bang wie viele minuten haben wir wie viele minuten wie viele minuten haben wir 947 ja es ist jetzt hier nein 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 6 sekunden 6 sekunden 5 4 3 2 1 6 6 6 8 9 15